So, jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie die Sitzgruppe so umbaut bzw. einstellt, dass ihr gemütlich dran sitzen bzw. essen könnt. Dazu stellen wir jetzt erstmal den Tisch ein bisschen nach hinten, dann drehen wir den Fahrersitz mal um, diese kleinen Hebel, die muss man nur ziehen, das gleiche dann mit dem Beifahrersitz, so nach hinten ziehen und dann drehen. Ich merke mir das immer ganz einfach, so wie man den Sitz dreht, so muss man auch den Hebel ziehen. Untertitelung des ZDF, 2020